Wie du deinen 9-to-5-Job nutzt, um dir das Leben zu schaffen, das du willst. Entgegen der landläufigen Meinung muss nicht jeder aus der traditionellen 9-to-5-Routine ausbrechen. Obwohl der tägliche Trott eines 9-to-5-Jobs oft als kreativitätshemmend und die persönliche Freiheit einschränkend kritisiert wird, gibt es eine verborgene Seite, die oft übersehen oder nicht beachtet wird. Es gibt tatsächlich einige Vorteile und Gründe, warum der Ausstieg aus dem sogenannten Hamsterrad nicht für jeden die richtige Wahl sein muss. Ein traditioneller 9-to-5-Job bringt finanzielle Vorteile mit sich, die dir helfen können, das Leben zu führen, das du dir wünschst. Lass uns herausfinden, warum ein Ausstieg aus dem Hamsterrad vielleicht nicht so verlockend ist, wie es scheint und wie du die Sicherheit eines festen Jobs strategisch nutzen kannst, um deine Träume zu verwirklichen. Ein Vorteil eines traditionellen 9-to-5-Jobs ist die Stabilität, die er bietet, einschließlich der Sicherheit eines konstanten und zuverlässigen Gehalts. Ein festes monatliches Einkommen kann dich beruhigen, da du dir keine Sorgen um schwankende Einkünfte machen musst. Es erleichtert dein Finanzmanagement und gibt dir die Gewissheit, dass dein regelmäßiger Verdienst kommt, damit du langfristige Pläne machen kannst. Mit einem stabilen Einkommensstrom kannst du effektiv haushalten, für zukünftige Ziele sparen und ein Sicherheitsnetz für unvorhergesehene Ausgaben aufbauen. Ganz gleich, ob du ein Haus kaufen, in deine Ausbildung investieren oder für den Ruhestand vorsorgen willst. Ein regelmäßiges Einkommen ist eine solide Grundlage für deinen Erfolg. Ein Job kann zwar eine stetige Einkommensquelle sein, aber er ist keine Garantie für monatliche finanzielle Stabilität. Leider gibt es Fälle, in denen man eines Tages zur Arbeit erscheint und dann erfährt, dass man aufgrund unvorhergesehener Umstände oder einer Entscheidung des Arbeitgebers nicht mehr gebraucht wird. In vielen Fällen können die Betroffenen jedoch relativ leicht eine ähnliche Stelle finden und sich von dem Verlust ihres früheren Arbeitsplatzes erholen. In der traditionellen Arbeitswelt gibt es einen klaren Weg für den beruflichen Aufstieg. Diese Struktur bietet den Arbeitnehmern einen Fahrplan, der Möglichkeiten für Beförderungen, Gehaltserhöhungen und andere Vorteile bietet, wenn sie im Laufe der Zeit aufsteigen. Durch die Einhaltung eines konstanten Arbeitsplans stellen die Beschäftigten nicht nur ihre Fähigkeiten unter Beweis, sondern zeigen auch, dass sie zuverlässig und engagiert sind und legen damit den Grundstein für einen dauerhaften Erfolg in ihrem gewählten Bereich. Wenn du mehr Erfahrung und Wissen sammelst, eröffnen sich dir auch Möglichkeiten für neue Aufgaben und mehr Verantwortung. Du kannst also verschiedene Karrierewege ausprobieren, wenn du dich verändern willst. Außerdem kann das mit diesen Fortschritten einhergehende Einkommenswachstum ein starkes finanzielles Instrument sein. Du kannst dieses wachsende Einkommen strategisch nutzen, um deine finanziellen Ziele schneller zu erreichen, zum Beispiel den Bau deines Traumhauses oder Investitionen für die Zukunft. Wenn erfahrene Menschen bessere Arbeitsbedingungen aushandeln, kann ihr Verdienst zudem die Inflation übertreffen. Dies führt Jahr für Jahr zu einer zunehmend stabilen finanziellen Lage. Eine verlässliche Einkommensquelle durch einen festen Job ist wie ein ständiger Begleiter auf deinem Bankkonto. Und seien wir mal ehrlich, wir alle brauchen diese Art von Unterstützung. Selbst wenn die Finanzen schwer fassbar erscheinen, kannst du dich darauf verlassen, dass dein Gehalt am Zahltag immer da ist, wie ein vertrauenswürdiger Freund, der dir immer den Rücken frei hält. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn du dein Einkommen genau kennst und deine Finanzen ohne den Stress der Ungewissheit sorgfältig verwalten kannst. Mit einer stabilen Beschäftigung verwandelt sich das Leben von einem finanziellen Drahtseilakt in einen gemütlichen Spaziergang durch den Park. Es geht nicht nur um das Geld, sondern auch darum, deinen Geist von der ständigen Sorge zu befreien, wie du deine Ausgaben decken kannst. Nicht jeder kann mit der Angst umgehen, die mit einem schwankenden Einkommen einhergeht und bei der man sich ständig fragt, ob man in den kommenden Monaten genug hat, um sich und seine Lieben zu versorgen. Wenn du dich aus dem Auf und Ab der finanziellen Ungewissheit befreist, kannst du die Dinge, die dich glücklich machen, in vollen Zügen genießen. Die Last des finanziellen Stresses kann überwältigend sein, aber mit einem stabilen Job wird es einfacher, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und ohne ständige Sorgen für dich und deine Lieben zu sorgen. Dieses Gefühl der Sicherheit lässt dir Raum, um die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bekommst du nicht nur ein Gehalt, sondern auch finanzielle Möglichkeiten. Viele Stellen bieten Sozialleistungen wie Versicherung, Altersvorsorge und bezahlte Freizeit an. Diese Leistungen sollten nicht übersehen oder als bloße Extras betrachtet werden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherung deiner finanziellen Zukunft und bilden die Grundlage für eine kluge langfristige Finanzplanung. Sie sind wie ein Sicherheitsnetz, das einen vor finanziellen Schwierigkeiten schützt, wenn man mit Problemen der persönlichen Situation konfrontiert ist. Diese Vorteile gehen über das Versprechen entspannter Tage im Ruhestand hinaus. Sie bieten einen strukturierten und disziplinierten Ansatz zum Vermögensaufbau für die Zukunft. Für viele Menschen kann dies den Unterschied ausmachen, ob sie klug in ihre Zukunft investieren können oder später im Leben finanzielle Schwierigkeiten haben. Wenn man diese Vorteile voll ausschöpft, kann man potenziell zum Millionär werden und den Vorruhestand genießen, anstatt in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten und im Alter auf die Unterstützung seiner Kinder angewiesen zu sein. Auch wenn die tägliche Routine zur Arbeit zu gehen manchmal lästig sein kann, hat diese Routine auch ihre guten Seiten. Sie bietet die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und die Monotonie in eine Kulisse zu verwandeln, in der man auf einer Art sozialem Spielplatz sinnvolle Beziehungen aufbauen kann. Kolleginnen und Kollegen werden von bloßen Nachbarn an deinem Schreibtisch zu geschätzten Begleitern, vor allem in den dringend benötigten Kaffeepausen. Brainstorming-Sitzungen fühlen sich eher wie freundliche Gespräche an, bei denen gemeinsam gelacht wird und die den Arbeitstag auflockern. Diese Menschen sind mehr als nur Arbeitsbekanntschaften. Sie bilden sinnvolle Beziehungen, die sich nahtlos in dein Privatleben einfügen. Sie sind Zeugen deiner Erfolge und bieten dir in schwierigen Zeiten einfühlsame Unterstützung und verwandeln gewöhnliche Arbeitstage in unvergessliche gemeinsame Erlebnisse. Wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, um gemeinsame Ziele zu erreichen, entsteht ein besonderes und einzigartiges Gefühl der Kameradschaft. Diese Verbindung geht über die Grenzen des Büros hinaus und schafft eine Bindung, die wirklich besonders ist. Auch wenn nicht jeder Kollege zum Seelenverwandten oder Lebenslangen vertrauten wird, entwickelt sich doch eine besondere Art von Beziehung. Trotz der Anforderungen des Arbeitsalltags können sich die beruflichen Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, zu Beziehungen entwickeln, die einer zweiten Familie ähneln. Es ist erwähnenswert, dass Menschen, die 40 Stunden pro Woche arbeiten, oft mehr Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen verbringen als mit ihrer eigenen Familie. Sieh deinen Job nicht nur als Mittel, um die Rechnungen zu bezahlen, sondern auch als Sprungbrett für das Leben, von dem du immer geträumt hast. Sieh deinen Job nicht als lebenslange Verpflichtung oder als Countdown bis zur Rente, sondern als wertvollen Verbündeten bei der Gestaltung des Lebens, das du dir wirklich wünschst. Dein Lohn ist mehr als nur eine Zahl auf deinem Bankkonto. Er ist eine Investition in deine Träume. Er dient als Ressource, die du strategisch einsetzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Wenn du deinen Job als Sprungbrett und nicht als festen Anker betrachtest, kannst du deine Perspektive verändern und dir eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen. Er wird zu einem Mittel, mit dem du deine Leidenschaften und Träume finanzieren kannst, egal ob es darum geht, die Welt zu erkunden, dein eigenes Unternehmen zu gründen, Momente mit deinen Lieben zu genießen oder dich in persönliche Projekte zu vertiefen. Dein Job wird zu einem Vermögenswert, der dir die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um deine Träume zu verwirklichen. Anstatt einfach nur zu stempeln, stell dir deinen Job als den finanziellen Wind unter deinen Flügeln vor, der dich zu dem erfüllten Leben bringt, das du dir immer gewünscht hast. Nicht jeder ist für die Herausforderungen und Unwägbarkeiten geeignet, die mit der Gründung eines Unternehmens oder der Selbstständigkeit einhergehen und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt viele Wege zum Erfolg und ein normaler 9-to-5-Job kann zahlreiche Vorteile bieten, die über eine strukturierte Routine hinausgehen. Die Stabilität, die Karrieremöglichkeiten, die Vergünstigungen und Vorteile als Angestellter sowie das Potenzial für Investitionen können ein starkes Fundament für das Leben bilden, das du dir wünschst. Wenn du das Beste aus diesen Vorteilen machst, kannst du dir ein erfolgreiches und stressarmes Leben aufbauen, ohne dir ständig Sorgen um deine finanzielle Stabilität machen zu müssen.